Das kann ich jetzt einfach mal gern haben. Locken und angreifen geht. Der Rest geht auch. Bin zufrieden. So, man muss auch mit den kleinen Dingen mal zufrieden sein. Himmel. Aber ich kann mir das Lied einfach mal suchen. Wo ist denn das Bier, Bier, Bier? Nein. Bier, Bier, Bier? Nein. Bier, Bier. Da muss ich erst wieder... Irgendjemand nennen sie einen Moment. Äh, so, so. Gehen wir raus. Dankeschön. So. Bier, Bier, Bier? Nein. Bier, Bier. Hm. Was ist denn jetzt Bier, Bier, Bier? Das Licht? Ich muss ein Fragezeichen. Nein. Nein. Ach. Ja, verarsch mich jetzt, oder? Na? So. Das ist das Lied. Bier, Bier, Bier. Und zwar... Ähm... Hier nicht. Ich speichere nochmal ganz kurz. Ich muss... Manchmal muss ich speichern, weil das ist einfach... Hier geht gerade so viel schief. Vor allem auch mit dem Controller gerade. Wenn ich jetzt hier wieder irgendwas verkackt und dann wieder alles neu machen, das ist für euch lästig und für mich auch sehr. Deswegen. Aber gut. So. Verlassen wir. Wir haben doch noch diese Juten-Besitz-Urkunde. Die müssen wir doch auch noch irgendwo loswerden. Was ist denn jetzt eigentlich für den, die hier draußen waren? Und haben uns doch eigentlich nicht gemocht. Weißt du, wir können jetzt hier sorgenfrei durch. Ach ja. Guck an. Auf einmal. Als wäre nie was gewesen. Nett. Sehr nett. Äußerst nett. Mh, speichern. So. Ups. Und hier geht's raus. Und wie ich diesen Wald verlassen will. So. Ähm. Lasst uns mal kurz nach Juten gehen. Wisst ihr, wenn ihr hier öfter vorbeischaut, dann werde ich euch bleiben lassen. Für immer. Und jetzt verschwindet. Aber es gibt hier keine... Quest, die ich hier machen muss, ne? Ja. Schade. Jetzt habe ich die Besitzer-Urkunde von Juten, aber... Hat mir nichts gebracht. Da muss ich noch hin, ne? Zum Waldturm. Da war noch was. Als der Barde sich dem Turm im Wald näherte, ereignete sich etwas auf einem anderen Turm in der Stadt Downby, viele Wegstunden entfernt. Es sollte sich auf seine weitere Reise auswirken. Ich möchte mich Sorgen leggen. Ich sage Ihnen schon. Cathbart versammelt die Brüder. Jemand nähert sich dem ersten Turm. Sofort, Herr. McKay! Weckt meinen... ...kleinen Liebling. Jawohl, Meister Finwirk! Wie es scheint, könnt ihr noch immer in Kontakt mit euren Dienern treten. Diesem neuen Verehrer wird es jedoch nicht besser ergehen als den anderen. Erwacht, Hörn! Fennec, aus welchem Grund stört ihr meine Wacht? Diese Frau hat es erneut geschafft, ihren Anhängern eine Nachricht zukommen zu lassen. Einer von ihnen nähert sich eurem Turm, in der Hoffnung, sie zu befreien. Nach all dieser Zeit ist sie immer noch sehr stark. Kümmert euch um den Eindringling. Ich werde euch meine Männer zur Unterstützung schicken. Ich muss euch sicherlich nicht daran erinnern, was für Folgen es hätte, wenn ihr versagt. Ich werde ihn aufhalten. Die Brüder sind versammelt, Herr. Wir erwarten eure Befehle. Führt die Männer zu Hörns Turm. Ich habe ihm unsere Hilfe zugesichert. Begebt euch danach in die Berge. Sollten die anderen scheitern, müsst ihr ihn dort aufhalten. Ich werde euch nicht enttäuschen, Meister. Ja! Äh... Nice! Geht noch alles? Ja, sehr schön. So. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wartet mal, was schon wieder nicht funktioniert. Wartet mal, was schon wieder nicht funktioniert. Der Controller macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig. wer braucht meine Hilfe? Tor, weiter geht's. Spiel zur Eurer Verfügung, Sir. Machen wir nur den Job. Puh, das Vieh muss uns mit dem Sound aber auch ganz schön übertreiben, was? Einmal drehen, nice, Box hier, oder was, wird's denn gehen? Oh, hier wird es schon, oh, hallo! Oh, hier wird es schon, oh! Ja, ein bisschen Kohle ist es auch, ne? So, immer schön inzwischen speichern, also wenn man eines in diesem Spiel lernen lässt, dann ist es, dass Speicherpunkte Gold wert sind. Na, bin ich gut, oder was? Na klar! Ah, ist ja schön! Oh, da ist doch einiges drin! Sooo! Sooo! Ja, so sieht das schon gut aus! Ja, ja, das läuft schon! Hier, komm, jetzt muss ich weitergehen als sonst! Au! Ich muss, jetzt tut mir leid, ich muss dieses Sumseviech jetzt wegmachen! Okay, okay, okay! Mir drückt's und euch hoffentlich nicht auf! Ständig die Ohren weg von dem Fisch! Äh, wen holen wir uns denn? Ähm, ne, spinne ich nicht! Ach, die! Sooo! Gute, altzeitsbewährte Schweine! Ratte! So, den nehmen wir auch gleich! Sehr schön! Den nehmen wir auf! Geld, Geld, Geld! Sooo! Oh! Da geht echt ne Menge Schatter im Moment! Ah, der ging schnell weg! Sooo! Tür! Oh! Unser Held betrat den Turm und geriet damit unwissentlich zwischen Hammer und Amboss. Aber, jetzt weiß ich's doch! Oh! Hi! Oh, oh! Äh, ich will keinen Ärger! Dann kehrt um und geht in die andere Richtung! Denn wenn ihr diesen Ort betretet, werdet ihr einzig und allein Ärger finden! Typisch! Etwas in dieser Art hatte ich erwartet! Ich fürchte, ich muss meinen Weg trotzdem fortsetzen! Wenn ich mit diesem Unsinn fertig bin, erwartet mich eine äußerst hübsche Belohnung! Ich warne euch erneut! Kehrt um oder sterbt! Das sind keine besonders attraktiven Optionen! Ich muss leider beide ablehnen! Also gut, ich werde euch oben erwarten, falls ihr überlebt! Moment! Verdammt! Warum muss ich bis ganz nach oben? Er war doch eben hier! Er wusste also, dass ich komme! Wie es scheint, hat das Böse eine gewisse Vorliebe für übertriebene Dramatik! Ja, alles klar! Er hat ja recht! Ich meine, entschuldige mal, wenn du eh grad da warst! Warum zur Hölle? Muss ich dir jetzt nachlaufen? Okay! Also egal, was ich da grad umbringe! Es geht in den Luft nochmal nichts! Oh! Au! What? 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 Blumen! Mich greifen Blumen an! Was ist das? Macht mich das kaputt? Nö! Ist nur hübsch! Okay! Das ist also Deko! Wir einigen uns auf Deko! Was ist hier los? Eieiei! Die tun aber nicht so weh! Hm! Warum versuchst ihr nicht mal mich zu treffen? Sei ruhig! Guck mal! Ah! Ja was jetzt? Das sind doch alle! Ah! 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 Was bekomme ich denn hier die ganze Zeit? Oh Mann! Äh! Wo war die? Ne! 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 Das... Die Assassinen bei den Highlander weiß, kapiere ich hier gar nicht! Okay! Äh! Verstehe ich nicht! Nochmal! Ja! Jetzt überlegst du jetzt mal zwei Sekunden länger geht das? Geht's jetzt los? Ja! Jetzt geht's los! Jetzt kannst du! Eieiei! Was ist denn mit diesen Samenhülsen eigentlich? Ich bin nicht aufgepasst! Was zählt bei diesem Gift jetzt da hoch? Das müsste der Finalschaden sein, oder? Truhe! Also... Baum! Truhe! Heil! Heil! Wenn wir den brauchen? Den werden wir schon brauchen. Da ist zum Beispiel so eine Falle... Sieht doch auf! Ja siehst du? Das sind alles Fallen hier! Aha! Wow! Ja! Okay... Da war jetzt so ein bisschen Indiana Jones mit dabei, oder? Äh... Die Rater nehmen wir mal weg... ...und holen uns die Heilerin wieder... ...und holen uns die Heilerin wieder... Ich frage mich nur gerade, wenn der sagt, nimm mich denn nach oben? Wie viel nach oben gibt's denn hier? Aber wir sind jetzt gerade hier in so einem Baum... Okay, den Zwischenspeier konnte ich mir erlauben... Oh! Oh! Doch, können sie schon! Au! Ah! Marschloch! Entschuldigung! Ja, wird's gehen! Ah! Das ist ein ganz schönes Labyrinth da! War der kritisch? Schön! Ja genau! Da geht's weiter! Da ist ne Falle, da geh ich hin! Hier komm ich her, oder? Ne! Hier muss ich hin! Haha! Speichern! Sehr schön! Walthum 2! Wahrscheinlich zweiter Stock! Ah! Geht gleich los! Machen wir erstmal kurz den Prozess hier! Dann haben wir etwas Ruhe! So, mein... Was muss ich nicht mehr? Jawoll! Wer braucht meine Hilfe? Ich kann nicht sagen, dass wir nicht flott unterwegs sind, aber das ist hier halt echt ein Gewirr! Äh... Haha! Okay! Wenn du es hergst... Also von den Dingern haben wir jetzt dann bald wieder genug! Können wir mal ein paar einsetzen, wenn's mal eng wird! Hallo! Zu hin! Hahaha! Das... Das macht schon... ... einen interessanten Schaden! Kommt schon! Schlaf endlich zu! Was ist denn jetzt? Kommt der? Wo ich mal so'n... 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 So'n Loot-Sammler! Als Lied! Das wär' praktisch! Im Moment mache ich nicht mehr als hier... Haha! Ihr könnt mich nicht treffen! Ja, lustig ist er schon, ne? Ich gehe nicht aus! So... So... Du kannst ja jetzt echt nicht mehr fahren! Oh! Oh! So... So... Oh! So... 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 ... Du? Oha. Ja, mir gefällt die, sie ist, hier ist die echt nicht schlecht unterwegs, das macht sie gut Ohohohohohohohoho ok, das war nicht nett Naja, das ist ja das Giftschalte mit der Mauer überlegen. Nichts mehr, ganz offensichtlich. So. Aber hier ist nichts mehr, oder? Und eine Lutchest. Sonst ist hier nichts. Gehen wir nach oben, Leute. Ah ja. Ja, wieder mal hat sich mein Kontroller selbstständig gemacht. Also, irgendwas ist da mit dem Kontroller los. Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe mal, das wird nicht zu einem immerwährenden Problem. Ne? Ne? Kurz. Bewegen hier. So. Ne, schau mal. So, mal kurz neu starten. Ne? Ach, okay. Ne macht das schon, ne? Ne. 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 Interessante Aufnahmen werden wieder Was kämpfen denn die die ganze Zeit? Doch da waren wir schon Vielleicht braucht Papa einen neuen Controller Ja, sieht's aus Ja, ja schon Okay So Mal schapeichern Den dritten Stock Seid gegrüßt und herzlich willkommen Das Badenruf hab' vernommen Hier seht, es gibt auch anderes Zeug So schaut euch nur um Und ich hoffe es erfreut Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss Ein Abo Joden Doch es ist ganz klar kein Muss Es freut mich, dass ihr noch da seid Wenn's schief klingt, dann tut es mir sehr leid Ich weiß, ich weiß, was soll ich nur tun Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm Glaubt mir ruhig schon viel, was wir getan Gepracht hat es nichts Du mein Lieblingsschworn haben Und falls ihr es bisher echt auskönnt Dann gebt ihr euch Respekt Und lass es einfach Und vielen Dank Es erfreut mich sehr Schaut wieder vorbei Denn bald gibt es noch mehr Ein Däumchen nach oben Dann gibt's auch einen Kuss Jetzt wird der Blödsinn aber groß Also ist hier jetzt mal Schluss?